ein neues spiel ich guck mal hier noch ein bisschen nach gegnern ich nehm gromp blue dann hol ich mir das komische teil dann hol ich mir die krabbe oder hol mir die krabbe und hol mir dann diese pflanze ach ich weiß nicht also dann geht's ab es gibt so viele möglichkeiten Prozent jetzt los kommt Prozent das ok as you top da wäre schon spaß naa 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 Ich muss auf jeden Fall, was ich vergessen muss, ist meine Vision. Ich habe mich ja vergessen als Jungler, dass ich damit klar verantwortlich bin. Na ja, das ist nur zu halb, eigentlich nur das dann tot. Ja, ne, zumindest nervt für die Hilfe. Vorsicht, äh, achso, Mitte. Mitte ist Alva. Ja, der ist bei mir, der ist bei mir. Ja. Ui, putty! Er will, er will, er will, er will. Komm, komm, komm weg. Ich bin so dämlich, kannst du mir das mal bitte sagen? Ich wollte gerade, ich dachte unser Jungle ist der andere. No flame, please. Ja komm, Aurelion soll, ja genau. Ich ping, dass Ivern ist und der läuft hin. Was soll ich denn machen? Oder sagen, geh nicht hin. Ivern ist top. Der Top-Lane ist gerade noch gegangen, deswegen. Kannst, ganz ruhig weiter. Hoffentlich ist es ein Item. Also eigentlich bin ich ganz, ganz gut so da oben. Vielleicht kannst du ja im Mittel noch mal irgendwas machen. Ja, beginnt das runter. Guck immer, ob das denn geht. Wenn du ein Q-Up ist, wenn du gangst. Das ist auf mir immer mal passiert. Da hab ich dann... Wegen Out-Attacks. Ich mach mir den noch auf Level 6, Level 5. Und dann kauf ich mir das Item. Das ist dämlich. Fäng ich mir ja geil an, das Spiel. Das ist ein sehr schönes Stück. Das ist ein Wahnsinn. Ja, da geht es heute. Mein Assignal. Und dann habt ihr ja auch das. Das ist eine Liebe, die du hast. Ohhhh! F**k Hier ist nichts gestellt Hier ist hier Blit rein I won top Nur, nur zu irgendwo Die beiden Top-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay Dann Fakt Ähm Wie es ist also du kannst doch im Mitte kurz noch irgendwie helfen Ob wenn's nicht mehr Würdest noch den Red machen Dann würde ich mitgehen Ja Also ich hab die grad gefüllt deswegen also Ja Kannst doch gern hochgucken Oh fuck Mitte scheint mit dem Match-Up nicht klaut zu kommen. Ich mache jetzt die Rotation und komme hoch. Also ich mache jetzt hier Wölfe, Crumbs und dann komme ich zu dir hoch. Jo, aber Mitte, weißt du nicht. Ja, was soll ich denn Mitte alleine machen? Ja, klar. Ist ein Level drüber. Ja, richtig. Ich kann halt auch nicht weg. Versuch die noch mal zu killen, vielleicht kann ich dann... Okay, Ulti ist raus, Ulti ist raus, sie ist heiß, kannst reingehen? Ja. Wunderbar. Das ist mein Jung! Silber Elo! Silber Elo! Silber Elo! Silber Elo! Hast du das Video von Sola gesehen? Nee, der ist mir ein bisschen zu salty. Nee, der hat jetzt ein neues gebracht, der hat ja über die Edo Hell gemacht. Das war eigentlich ein schönes... Aha. Ja? Und... Und... Hört euch, ähm... Alle einen sich beschwert, dass halt Silber... Äh... Nur... Nur Silber ist. Aha. Könnt ihr jetzt mal jemand bitte... Bitte mitkommen? Ja, nein, ansonsten... Vielleicht kann ich auch mal mitkommen. Aber das... Die Lane ist... Ich kann gegen ihn kamen, ich hab' nichts... Toll, ich hab' auch nichts gemerkt. Ich auch. Ich auch. Hörst du mich noch? Ja, ja, ich hör' dich, ne? Bei mir steht nur Attempting to reconnect. Ja? Ist das... Ist das sozusagen... Jetzt mit LOL, oder war das mit... Nein, nein... Ich hab' auch nicht... So bestimmt an LOL liegen, oder? Gut möglich. Weil's gut, dass wir das jetzt testen wollen. Wenn ich auch nicht. Was? Geh' wieder hoch. Ja, ich komm mit hoch. Machen wir, komm, machen wir's. Machen wir's. Geh' mal ihr richtig auf'n Sack. Ja. Ich hör' für Gott, ne? Ich hör' die Grabe noch mit. Ich lass' sie, lass' sie... Außer sie prunden. Die kommt jetzt voll rein. Nee, 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 nee. Ich weiss' das zu, zu wohin. Na doch, die hat... Die will, die will, die will, die will. Lass' die, lass' mal. Ich... Äh, warte mal... Gib' mir mal fünf Sekunden. Ja, ja. Die hat die Zeit weg. Die hat ja dann Wo-Trin. Hat vielleicht ein Wo-Trin. Oh, fuck. Noch doch was? Ja, ich sag's. Fuck. Nein. Nein. Egal. Ach... Ach... Ah, der rassiert nicht. Jetzt. Der Feed in der Mitte. Ja. 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 Nicht gut! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schnell Was ist du? Was? Hast du die Ulti rausgelebt? No Ham! Nee, lass... lass... Ist die geflasht? Ist die geflasht? Ah, ich weiß auch nicht... Aber sie haben ihn schon mal gekriegt... Ah, ich weiß auch nicht... Aber sie haben ihn schon mal gekriegt... Ah ja, ich hab grad gleich Ulti... In Sims? Dann die ich Okay, und go! Boah, ich war irgendwie total verpackt im Laufen Schrecklich... Boah, nein! Run! Über die Lane? Über die Lane? Naja... Difen könnt ihr uns, glaub ich, nicht Nö, nö... Oh, das war knapp Stell dir mal ein Wort rein Danke, ja... Uh! Was für ein Dive! Oh, glücklich! Ah! Naja... Naja... Wie gesagt, wär der denn 2 Sekunden früher da gewesen... So gut ausgesehen... Auf jeden Fall... Oh! Zwei Top Lane? Ja... Ich schreib das bloß für die Bot Lane, weißt... Ja, das ist schon klar... Ja... Achtung, die gehen bitte weg... Gehen weg... Gehen weg? Neee, die bleiben... Hast du höher als hier? Ach, scheiße... Ich muss verteidigen... Ich würde euch also den 3D aufmerksam sein... Du kannst den 4D aufmerksam sein... Aber der 6D aufmerksam werden... Ich werde den 5D aufmerksam sein... Dann schliessend sein... Den 5D aufmerksam sein... Dann schliessend sein... Ich werde den 5D aufmerksam sein... Es wird das auch nachher... Geh mal rein, du musst Yo, weiß ich nicht, die gehen ja Waaat Ey, bei mir lagts total, also ist es, ich hab das Gefühl, ich attacke den, ich krieg kein Damage drauf Ja, ja, das wird bestimmt ein Andol liegen Ah, ich komm nicht ran, ich hab kein Gap aus Ich hab noch vier Sekunden Nein, ich hab noch ein Schild Sorry, ich kam nicht, ich kam nicht ran, also ich kam Ich kann auch nichts machen Erstes Spiel zum Raumspielen Naja, es ist, es ist halt so, naja, er ist einfach zu stark und da kann ich jetzt auch nichts machen Ich mein, wir haben wieder Triple Kill geholt Ja, alles gut Ich pushe mit raus, ich versuch's einfach Ja, richtig Ich würds jetzt noch nicht aufgeben Ne, 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 Gottes Willen, also Deswegen flame ich ihn ja nicht Ist ja kein Flame Ist ja auch kein Ranked Ist alles gut Bei mir kam auf einmal Iron neben mir Ja, also irgendwas ist total gut Aber wir testen das mal Braucht du den? Nö, 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 nö Ich hab kein Mana Ach, ich ruht hier mit runter Jo, ich brauch ein Teleporter Oh Alter, das kann nicht sein Das Problem ist, ich brauch erstmal ein bisschen Tankiness, dann geht's nicht Ich mein, der ist butterweich, ne Wenn du den einmal HCC'n kriegst Ja, klar Wo ist das? Na, mal schauen Ah, weiß es nicht Ne, lass Ah Ja, ne, weil ich Ja, ne, ne Gut, ich muss Warte, du war grad in Q-Range Ja Ja, bloß wenn du reingegangen wärst Ich kenn den nicht voll Ja, nee, ist okay Das wär dann schade, wärst du gestorben Wir kriegen den schon noch Haben wir den Barron gemacht, oder haben die den Barron gemacht? Boah, schon wieder Ich auch, ja Also immer wenn du hast, hab ich's auch Aber sieht eigentlich gut aus, ich mein die, die müssen forschen Ich mein der Aurelion, der steht nicht Ich muss einfach was tun, der ist, der ist so gut Ich muss einfach was tun, der ist, der ist so gut Ich Election icke Ich bin Nähe Ich bin Det Du 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 Was ist das? Es ist ein Eterno-Stoot Ja, ich glaube das Game ist gelaufen, weil wir sitzen nicht mehr verteidigt Also ich kann ja schon nichts tun Ja, weg, weg Immer noch, immer noch, immer noch, immer noch Ja, ich Wenn die jetzt kommt, kommt es nicht kaltes Verzitter Das kommt ja noch dazu Ja, los Ja Ja, ich bin dachte Ich würde mich sch partie tror Ich bin schele Ja 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 Oh ja! Also, ich würde sagen, das wird nicht. Aber gut. Genau, ich lauf rein und krieg ein Leck. Ja, ich jetzt auch. Alter, jetzt ist das tot.